da war auch noch erde da war wüstenstein also warte mal metalle holz glas stein erde wüstenstein schatter das ist hier farben auch gut wolle und stoffe gerümpel okay aber ich glaube dafür brauche ich ein mod ich glaube ich kann nicht einfach so ein portal machen sondern ich glaube dafür brauche ich ein mod genau das ist ganz okay dann frage ich mich nur warum ich hier wahrscheinlich weil ich damals noch mehr erde hatte stein kann da bleiben wüstenstein der wüste stein so das hier ist stein das ist stein das ist wüstenstein welcher voll ist deswegen war der da okay aber die erde die brauche ich da nicht mehr die erde kann ich hierhin tun so wo haben wir denn sand haben wir überhaupt sand irgendwo nein dann würde ich dich doch mal zu sand machen ne sand da ist stein da ist stein da ist stein dann ist das hier alles stein und was ich jetzt mir noch überlegen könnte ist ich könnte ja hier theoretisch eine tür einbauen oder irgendwo hier ja vielleicht hier ja wobei eine tür wäre da oder eine treppe ach holz habe ich ja gar nicht holz so dann hätten wir da wieder schilder die würde ich jetzt auch gerne mitnehmen warum auch immer so und dann würde ich da ganz gerne ach ja ich wollte die sticks machen so und die wollte ich dabei behalten und jetzt können wir ja hier mal probieren so hier oben wäre das gewesen ja doch genau dass wir hier mal schauen ich würde hier ganz gerne noch mal eine spitze machen so 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 dann können wir hier vielleicht uns noch ein bisschen weiter vertiefen warum auch immer ich das jetzt machen möchte es hat mich jetzt einfach irgendwie gepackt so und dann würde ich hier sagen 4 und 4 zack und zack und zack und zack und dann würde ich hier sagen du und du und du und du so genau und dann könnte ich hier quasi sagen ich habe jetzt wieder eine treppe bei denen frage ich mich noch ob ich mit denen ich irgendwas machen kann also ich würde jetzt halt dann mal wieder eine treppe bauen wollen so 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 und so vielleicht reicht es sogar schon gehen wir mal hier runter 5 war 7 war es sogar diesmal zack und zack zack und zack zack und zack ok dann brauche ich noch ein zack und zack so dann kämen wir quasi hier rum und wir können hier weiter runter weil ich da dann definitiv naja ok hier kann ich das nicht habe ich clean wahrscheinlich nicht wer hat die tür offen gelassen so dann machen wir das mal so machen wir das hier mal so machen wir das hier mal eigentlich bei nur einen gut und dann würde ich hier sagen clean so genau den brauche ich aber hier kann ich weiter machen so ich hätte natürlich auch nicht leiter nehmen können ich bin mir noch nicht so sicher ob ich das so haben möchte wie ich das hier gerade gemacht habe im prinzip geht es ja eigentlich bloß darum eigentlich könnte ich das genauso hier machen also das hier sind ja zwei stockwerke es ist ja keller dass ich quasi hier noch mal eine unterkellerung habe aber ich jetzt hier nicht mehr weiß warum habe ich hier keinen also mal so gemacht warum habe ich da keinen keller also warum geht mein keller nicht da weiter warum habe ich hier diese komische kurve wahrscheinlich wegen dem schotter da oben ne wenn ich da oben schotter haben wollte ja gut sei es drum es ist mal so wie es ist hier können wir theoretisch jetzt noch einen abstieg haben also hier haben wir theoretisch noch einen abstieg für uns in unserem haus reichen zweier treppen draußen wollen wir dreier treppen haben es ist schon wieder nacht deswegen bin ich gerade ein bisschen am überlegen die kiste die hier so lustig vor sich hin schwebt so da ist papier drin die ich wolle und stoffe die waren ja meinen worten zu folge hier so und dann können wir ja mal probieren so dann kann ich hier den steinen nehmen stein zurück wunderbar dann kann ich dich wieder da drauf dann kann ich jetzt hier mal sagen jupp und jupp kann ich auch sagen das geht nicht es muss weiße wolle sein das ist ja mal bitter ich hätte gedacht dass man irgendwie sagen kann okay also wir könnten uns theoretisch wolle mitnehmen und uns ein bett in der tiefe bauen einfach damit wir uns da erholen können und damit wir da noch ein paar andere sachen machen können ich habe ja neulich experimente mit diesem ah ja das wird ja dann auch noch interessant ich habe ja neulich experimente mit diesen eisenbahnschienen gemacht und da wäre ja die interessante these dann die arbeitshypothese so da würde ich jetzt vielleicht hier noch zack zack hinsetzen einfach damit wir licht haben damit da unten keine monster spawn ich hätte ja noch die interessante arbeitsthese dass wir dann eigentlich fünf machen müssen drei zum laufen und dann ein kart system mit dem wir halt darunter fahren können gut wir haben auf jeden fall wieder platz ob ich die wolle mitnehmen will sei mal dahingestellt die rote auf jeden fall nicht die weiße vielleicht 6 1 2 3 4 5 6 holz sowieso äpfel und dings auch schilder auch und dann düsen wir mal wieder zu der höhle ich muss mal auf die uhr schielen ok ich könnte eigentlich auch mal mein haus einrichten ich glaube ich muss das eh hochziehen also ich fand es zwar so geckig mit dem mit den schlabels da aber also mit diesen fliesen mit diesen abgesenkten steinen aber im grunde also eigentlich kann ich den turm da sogar weg machen den braucht kai den braucht kai wie gesagt da müsste ich auch noch überlegen ob ich nicht vielleicht also ich bin jetzt fast über fast versucht zu sagen wir machen hier einen eingang also zeug habe ich wieder dabei das heißt wir können hier die schaufel anschmeißen anschmeißen gehst du mal dahin machen wir hier wieder eine schaufel wir nehmen sie vielleicht auch mal drei und schaufeln uns hier ein bisschen ein grab so momentan ist es so in ordnung weil momentan ist es ja eine baustelle so und dann würde ich hier sagen eins zwei drei eins zwei drei so wie gesagt ich bin mir noch nicht so ganz sicher da würde ich jetzt vielleicht eigentlich gar nicht mal einen stich machen so eins zack zwei drei eins zwei drei und du so so und dann haben wir hier mal vielleicht eine hier mal eine fackel hin eins zwei drei du und du haben wir hier eine fackel hin zwei 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 drei und drei Untertitelung des ZDF, 2020 Zack, zack, eins, zwei, drei, okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal. So, dann habe ich da, ich habe keine Fackeln mehr, äh, alter, gar nicht schön. Zack, 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 okay. Okay, also, und hier will ich eigentlich auch weg. Und ich würde ganz gerne dann wieder sagen, du und du und, so, bitteschön. So, und dann hauen wir hier mal den Schotter weg. Okay. Dann würde ich dich mal wegmachen. So, und dann komme ich jetzt hier nicht anders drum rum, als wirklich hier eine Fackel hinzutun. Und dann hier wegmachen, da wegmachen und da wegmachen. Okay, also, eins, zwei, drei, dich weg. Ausgezeichnet. So, seht ihr das? Die einzige Frage, die sich mir jetzt stellt, an der Stelle ist, wo sind wir? Also, sind wir jetzt in einem Höhenabschnitt, den wir schon kennen? Oder sind wir in einem Neuen? So, und wir können jetzt theoretisch, okay, das ist ja das, was ich jetzt gerade mache. Ich setze die Treppe ein bisschen weiter nach hinten. So, ich setze die Treppe ein bisschen weiter nach hinten.